Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Finanzminister heiratet Journalistin auf Sylt. Prominenter Besuch auf Sylt, Bundesfinanzminister Christian Lindner ist diese Tage auf der Nordseeinsel. Nicht aus beruflichen Gründen, sondern um dort die Journalistin Franka Liefeld zu heiraten. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP und seine Partnerin Franka Liefeld wollen am Donnerstag standesamtlich auf Sylt heiraten. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Heckel, parteilos, wird das Paar trauen, wie er der deutschen Presseagentur sagte. Auch in den kommenden Tagen wird weiter auf Sylt gefeiert. Wie die deutsche Presseagentur aus FDP-Kreisen erfuhr, soll es am Freitag einen Polterabend geben und am Samstag wollen sich Lindner und Liefeld in einer Kirche das Ja-Wort geben. Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Prominente auf der Gästeliste stehen, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Paar selbst machte bislang keine Angaben zu der bevorstehenden Trauung. Liefeld arbeitet als Politikreporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt haben. Wir sind überglücklich, sagte Liefeld dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete. Für den 43-jährigen Lindner wird es die zweite Ehe sein. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.